Du hast vielleicht einen Fotografen in der Familie oder in deinem Freundeskreis und weißt noch nicht, was du ihm zu Weihnachten schenken sollst, dann habe ich hier für dich 5 Geschenkideen für Fotografen. Und denk auch dran, der Adventskalender ist gestartet, das heißt jeden Tag gibt es hier auf diesem Kanal etwas zu gewinnen und auch ein Video. Und heute habe ich die Cityscape Masterclass für dich zu verlosen. Das bedeutet, du hast die Chance, jetzt dieses Videotraining zu gewinnen. Zwei Stück verlosen wir davon insgesamt. Das heißt, du hast eine doppelte Gewinnchance. Alles, was du dafür tun musst, ist einmal den ersten Link in der Videobeschreibung anklicken. Dort kannst du dich dann für den Adventskalender anmelden und bist auch nicht nur für diese Verlosung, sondern auch für alle zukünftigen Verlosungen, die noch bis Weihnachten stattfinden, mit dabei. Und jetzt geht es los mit den 5 Geschenkideen für Fotografen. Idee Nummer 1 ist etwas, was auch für das kleine Budget sehr, sehr gut passt, nämlich der Lens Pen. Den gibt es aktuell für rund 10 Euro bei Amazon zu kaufen. Alle Links natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Das sind ja viele Links, da kriege ich dann so eine kleine Provision von Amazon. Wenn du also den Kanal unterstützen möchtest, dann gehst du einfach über diesen Link. Und dieser Lens Pen, der ist super, weil den kann man ganz einfach in den Fotorucksack packen und der ist dafür da, seine Objektive zu säubern. Auf der einen Seite hast du einen Pinsel, womit du schon mal so das Grobe wegwischen kannst, den Staub und so weiter. Und auf der anderen Seite hast du ein sogenanntes Smart Pad, womit du dann auch nochmal über das Objektiv rüberstreichen kannst und damit wirklich auch sehr, sehr gut dein Objektiv reinigen kannst. Denn nichts ist schlimmer, als wenn du als Fotograf ein Objektiv hast, was nicht wirklich sauber ist. Dann muss man immer in der Bildbearbeitung nochmal nacharbeiten. Das ist immer mehr Arbeit und die Qualität der Fotos leidet natürlich auch irgendwann darunter, wenn du irgendwelche Schlieren auf deinem Objektiv hast. Oder Staubflecken, was auch immer. Also immer mit einem sauberen Objektiv fotografieren und dafür ist der Lens Pen genau das Richtige, weil man es ganz einfach in die Tasche packen kann. Idee Nummer 2 geht in dieselbe Richtung. Auch dort geht es nochmal um die Reinigung und diesmal geht es um einen Blasebalk. Oder wie es bei Amazon heißt, der Super Rocket Air Blower. Also ganz fancy Name irgendwie für eine einfache Geschichte, womit du halt einfach Luft auf zum Beispiel dein Objektiv blasen kannst. Manche Leute nutzen es tatsächlich auch, wenn sie ihren Sensor reinigen wollen, dass sie da so ein bisschen mit dem Blasebalk dann reinpusten am Anfang. Das ist sehr, sehr schonend für den Sensor. Ob du deinen Sensor selber reinigst oder nicht, musst du natürlich selber wissen. Aber grundsätzlich ist so auch ein Blasebalk richtig gut, um nochmal so ein bisschen Schmutz entweder vom Objektiv oder auch vom Kamerasensor runterzubekommen. Oder auch einfach, wenn du so in bestimmte Ritzen von deinen Kameras mal rein möchtest, wenn du in der Wüste warst und da ist einfach viel Staub, Sand und so weiter in den kleinen Ritzen der Kamera, dann kann man es auch super mit so einem Blasebalk rausbekommen. Also zum Reinigen deines Kameraequipments ist so ein Blasebalk genauso wichtig wie auch ein Lens Pen. Und den Blasebalk gibt es auch aktuell für rund 12 Euro bei Amazon. Also auch sehr, sehr easy und super als kleines Geschenk für einen Fotografen. Auch der Link unten in der Videobeschreibung. Idee Nummer 3 ist etwas Witziges und zwar geht es hier um eine Kaffeetasse in Form eines Objektives. Das gibt es auch von mehreren Kameraherstellern. Ich habe jetzt hier mal den Link für ein Canon-Objektiv rausgesucht. Gibt es genauso von Nikon, ich glaube von Sony und so weiter auch. Musst du mal ein bisschen rumgucken. Aber es ist ganz witzig, weil es sieht am Anfang so aus, als würdest du halt einfach kochend heißes Wasser in dein Objektiv gießen. Dabei ist es eigentlich nur eine Tasse. Aber es ist ein witziger Gag für Fotografen, die vielleicht auch gerade irgendwie unterwegs sind und sich einen kleinen Kaffee oder auch einen heißen Tee gönnen möchten. Natürlich auch Kaltgetränke. Aber es sieht super schön aus. Es ist ein kleines Gimmick irgendwie so, was man verschenken kann, wenn man weiß, derjenige liebt die Fotografie. Er wird sich auf jeden Fall darüber freuen. Und gibt es aktuell bei Amazon für rund 16 Euro. Kann ich auch nur empfehlen. Habe ich selber damals auch geschenkt bekommen. Und ja, es war ein super Geschenk. Es ist zwar nicht wirklich funktional für die Fotografie, aber es ist was, was mit Fotografie zu tun hat. Und all das macht Fotografen, das kann ich dir versichern, auf jeden Fall Spaß. Geschenkidee Nummer 4 ist ein kleines Buch. Und in diesem Buch geht es um Foto-Challenges. 52 Foto-Challenges heißt das Ganze. Dort hast du also ein Buch, wo du jede Woche eine Challenge absolvieren musst als Fotograf. Und ich finde sowas richtig cool, weil dort geht es natürlich um verschiedene Genres und so weiter. Du guckst überall mal so ein bisschen rein in die Fotografie. Und diese Challenges machen dich vor allem auch ein Stück weit kreativer, weil du da Ideen und Inspirationen bekommst, auf die du vielleicht selber gar nicht so sehr gekommen wärst. Und es fordert dich einfach heraus, wenn du jede Woche eine andere Sache fotografieren musst oder eine andere Aufgabe in der Fotografie erfüllen musst. Solche Bücher, ich habe jetzt nicht genau das, aber ich habe jetzt das mal rausgesucht. Ich habe andere Bücher in der Art mir selber auch mal gekauft. Und ich finde es super, super cool, wenn man sich einfach immer mal wieder einer neuen Herausforderung stellt. Und ich kann dir nur empfehlen, dass einem Fotografen oder einem Hobbyfotografen, der gerade mit der Fotografie angefangen hat oder auch schon länger in einem bestimmten Genre der Fotografie festsitzt, einfach mal so ein Buch zu schenken. Kostet 10 Euro bei Amazon, ist also auch nicht teuer. Und dafür hat der dann die Möglichkeit, auch mal wieder ganz neu kreativ zu werden und andere spannende Dinge, die mit der Fotografie zu tun haben, auszuprobieren. Auf jeden Fall ein guter Tipp und auch natürlich da wieder der Link unten in der Videobeschreibung. Und die letzte Geschenkidee ist ein Klassiker und da geht es um Speicherkarten. Kein Fotograf hat jemals genug Speicherkarten. Sie gehen immer mal wieder verloren, sie gehen auch ab und zu mal kaputt. Ich habe auch schon mal einen im Fluss versenkt, leider. Aber ich kann nur immer wieder betonen, man kann als Fotograf nicht genug Speicherkarten haben. Auch deswegen, weil natürlich die Daten immer größer werden, braucht man entweder mehr Speicherkarten oder größere Speicherkarten. Und ich habe dir jetzt mal hier diese von Sandisk rausgesucht, die tatsächlich auch eine sehr schnelle Schreibgeschwindigkeit haben. Also auch für die aktuellen Kameras, auch wenn man ein Video aufnehmen möchte, 4K und so weiter, sind diese Speicherkarten dafür geeignet. Die gibt es in unterschiedlichen Größen. Wenn du dem Link in der Videobeschreibung folgst, dann kannst du da verschiedene Größen auswählen. Ich kann sie dir nur empfehlen. Ich nutze selber die Sandisk Speicherkarten auch und bin damit absolut zufrieden. Bei mir ist auch noch nie eine kaputt gegangen, so in Form. Sie steckt irgendwie in der Kamera drin und hat dann einfach den Geist aufgegeben. Ich habe nur mal eine im Wasser versenkt. Die war dann halt nicht mehr so gut. Die habe ich tatsächlich auch gar nicht mehr wiedergefunden. Aber sei es drum, Speicherkarten kann kein Fotograf genug haben. Und deswegen auch immer so ein No-Brainer eigentlich, wenn du irgendwas für einen Fotografen suchst, dann kaufe ich ihm einfach eine Speicherkarte. Und einen kleinen Bonustipp habe ich auch noch für dich, falls du einen Fotograf hast, der gerne Landschaften fotografiert, so wie ich zum Beispiel. Dann, ein bisschen Eigenwerbung noch, gibt es auch die Landscape Hunter Hoodies. Die gibt es genauso als T-Shirts auch. Kannst du einfach mal auf www.landscape-hunter.com vorbeischauen. Da gibt es sowohl Hoodies als auch T-Shirts. Die Qualität ist wirklich super. Ich trage diese Pullover unglaublich gern. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich sie selber verkaufe, sondern weil es halt auch wirklich so ist. Und wenn du da jemandem eine Freude machen möchtest, das ist dann etwas preisintensiver jetzt als der Rest der Vorschläge. Aber wenn du da jemandem eine Freude machen möchtest, gerade so für den Winter ist so ein Hoodie echt cool, weil der ist echt angenehm zu tragen und sehr gemütlich. Das als Bonus-Tipp und damit hast du jetzt fünf beziehungsweise sechs Ideen, was du Fotografen, Hobbyfotografen oder einfach Fotografen generell, die du kennst, in deiner Familie, in deinem Freundeskreis zu Weihnachten schenken kannst. Ich denke mal, es ist noch genug Zeit, um das alles zu bestellen, sowohl die Amazon-Sachen als auch die Hoodies. Wenn dir das Video gefallen hat, dann kannst du gerne einen Daumen nach oben geben und denk auch, wie gesagt, dran, dass die Adventskalender-Aktion stattfindet. Erster Link unten in der Videobeschreibung geht zum Adventskalender nach, darunter die Links zu den einzelnen Fotoideen. Da einfach beim Adventskalender, wie gesagt, mit deiner E-Mail-Adresse einmal anmelden und du bist für alle Verlosung bis Weihnachten dabei. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Stöbern für Geschenke und wir sehen uns morgen beim nächsten Video wieder. Ciao!